Willkommen zu einer neuen Folge Subway Surfers. Ich freue mich, wenn ihr euch angeschaltet habt. Gebt ein Abo und ein Like, wenn ihr die Folge mögt. Und lasst uns erstmal sofort beginnen. Ich wollte nicht so viel erklären. Das ist jetzt schon die zweite Folge. Ihr habt mir leider in die Kommentare jetzt nicht so viel geschrieben. Also ich konnte es jetzt nicht lesen können. Aber ich freue mich wirklich immer über gute Kommentare. Ihr habt mir halt eben nur Nütze für geschrieben. Also werde ich jetzt erstmal noch nichts machen. Also werde ich jetzt noch kein wichtiges Thema entsprechen. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen spielen. Und dabei meine Fresse halten. Weil zu viel Reden macht. Weil Silber ist Gold. Weil Reden ist Gold. Und schweigendes Silber. Und dann könnt ihr mal so ein bisschen hier sehen, was ich zocken. Zocken tun. Das war ein bisschen... Ah, klar. Naja. Spielprinzip ist, wir spielen drei Runden. Dass die vorbei sind. Und dann werde ich die Folge beenden. Also Spielprinzip, so machen wir das immer. Ab jetzt, wie schon gesagt, ich werde jetzt einfach ein bisschen meine Fresse halten. Und jetzt werde ich jetzt zugucken, wie ich zocke. Also... Amnächstes Folge werde ich dann noch eben ein bisschen mehr reden, wenn ihr mir noch sie kommt, auch schreibt. Das wäre jetzt ein bisschen schnell. Hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt. Was was machen wir einfach heute hier unten. Weil... Das ist ja noch nicht lange. Also... Ah, fuck. Also, wirklich. Man muss echt aufpassen, wenn man hier... Ähm... Ah ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich mehr machen sollte. Soll ich versuchen, mehr die Heißgurke zu brechen? Oder soll ich, äh, mehr versuchen, die Münzen einzusammeln und dann halt eben Booster zu kaufen? Und, äh, solche Sachen. Und eben wirklich so... Was versuchen... Oh, das ist knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Oh, das haben wir noch geschafft. Also, das ist jetzt wirklich mal so eine Frage an euch. Wie sollen wir das machen? Wie, also, wie gefällt es euch? Oder soll ich mich auf beides konzentrieren? Ich, wenn ich, wenn ich dran denke, wenn ich hier oben so, äh, so eine Frage, Frage machen, so eine Fragebogen, dann könnt ihr, oder wie man das auch immer nennt, oh, scheiße. Also, wenn ihr diesen Fragebogen halt eben für euch da oben machen, dann könnt ihr dann gucken, also schreiben, auswerten, was euch am besten gefällt. Oder schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ich noch so alles erklären sollte. Vielleicht wie Minecraft oder, weil eben solche Spiele. Das fände ich echt cool. Also, wirklich, zeig mir das mal so in den Kommentaren, was ich machen soll. Das fände ich echt alt. Also, ich fände das cool. Ja, was? Hä, wie ist das jetzt passiert? Gut, ich werde dann hier die Folge beenden. Ich bin mit den vier Leben jetzt vorbei. Schreibt mir vielleicht auch mal in die Kommentare, ob ich, ähm, vielleicht mehr Leben machen sollte als drei pro Folge. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, das, äh, würde mich freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir ein Abo, lasst mir ein Abo und ein Like da. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.